ja hallo und hallöchen meine lieben freunde und damit darf ich jetzt der Anfrage von Lassplattechnik und Fitness die begrüßen ich habe das Mikro ein bisschen umgestellt was es aufgefallen ist euch es aufgefallen habt wunderschönes deutsch vielleicht so ein bisschen besser ich was einfach mal probieren weil ich es bei anderen youtubers endlich gesehen habe ja ich weiß nicht wo die hunde herkommen die haben mir am ende der letzten folge fehlt und ich weiß auch nicht warum meine ach wegen skype genau bei mir geskypt und der so deine webcam ist komisch ich kann das nicht lest was du mir da gezeigt hast und ja weil ich spiegelt da immer in die richtung der das spiegelt das ist wenn die facecam links ist gucke ich in die richtung wenn die facecam rechts ist gucke ich in die richtung logisch so ähm heute werden wir tatsächlich wieder am haus weiterbauen was wir eigentlich schon in der letzten auf einmal machen wir aber dann habe ich spontan darauf bekommen den die deko bench voll zu farmen die hier die jetzt aber auch wirklich komplett voll ist und ich habe ja in einer der in der letzten aufnahmen in der folge ich weiß nicht mehr wann die kam oder was auch immer über klarträume gesprochen und m habe jetzt updates dazu erwies bei mir gelaufen ist ich würde sagen damit fangen wir einfach mal obwohl nicht direkt aber ich muss erstmal noch gucken wie ich was bauen möchte dann können wir das nämlich gleich gucken augenblick gucken wie ich das nächste bauen will und dann kann ich ins thema einsteigen oder in meine träume so was bräuchten wir hierher ich weiß nicht eigentlich eher mit der hat man ja auch noch was zu essen gehabt von deko kraft ne hast du mir noch irgendwas in sachen esszimmer art bathroom bedroom dining das haben wir alles genommen genau wir wollten noch ein paar normale tische bauen das ist so ein paar minecraft tische genau genau mit 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 am besten mit jungle woad ne jungle woad ja dann holen wir das kurz so dann habe ich ja was zu tun so und zwar hat es funktioniert patrick alles funktioniert dass du deine träume steuern können einmal hat es nicht funktioniert oder eher weniger und einmal ja 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 doch die aufnahme wo ich über das klauträume gerät habe ich jetzt zwei tage her es war am samt sonntag heute ist dienstag also nicht für euch für mich aufnahme vor produktion und so und da war es so dass ich ausschütte ich muss kurz energie nachlegen dass ich am montag also von sonntag auf montag ja die zwei techniken ausprobieren wollte die ich euch erzählt habe das wbtb also aufwachen kurz klar werden zurück ins bett gehen dass du halt noch halb in deiner traumphase in der fasse bis vor allem die jetzt nicht wissen was ich rede ich werde das nicht normales erklären ich habe das in meiner anderen folge klarträume sind der shit erklärt ich glaube so eigentlich hießt ich weiß gar nicht wisst ihr was nur weil es ihr seid nur weil es ihr seid gucke ich kurz nach wie die folge ist dass ihr die direkt suchen könnt in der playlist so dann kann finiti genau gelabo übers klarträumen so ist die folge wenn ihr jetzt die begriffe nicht versteht dann guckt euch die folge an habe ich einmal alles erklärt und zwar hatte ich ja also von sonntag auf montag vor die technik halt wbtb also dass du aufwachen wieder ins bett gehst mit der wld technik zu machen sprich ich bin so um zehn nach zwölf ins bett und habe ich dann um fünf wecken lassen habe dann bin dann kurz ein bisschen rumgelaufen habe ein paar rcs gemacht also die reality jacks fingerzellen oder das jetzt heute versuchen zu atmen unter anderem dieses lied ist wundervoll und dann habe ich mich wieder hingelegt und habe weiter geschlafen und habe die wld technik versucht dass er versucht mich darauf konzentriert er habe mich habe mich halt auf das einschlafen konzentriert aber halt nur so dass mein körper schläft nicht mein geist und ich irgendwann die hygienogene bilder sehe ähm oder halt höhere hat wahrscheinlich aus einem grund nicht funktioniert weil ich den pc an hatte weil ich ja immer noch wenn ihr das seht bin ich glaube ich bin fertig in der vorproduktion für köln bin äh also wenn ihr das seht bin ich ein köln wahrscheinlich wenn alles gut läuft im upload oder wachschau sieht es ganz gut aus wir haben jetzt heute dienstag ähm am freitag war mit dem bus äh ich musste noch zwei retro fahrer folgen hochladen und circa 14 folgen denken infiniti das dürfte ich so bis mal auf donnerstag haben und wenn wir glück haben kriegt man auch lol hin aber das wäre dann mittlerweile schon gesehen haben wer lol gekommen ist und ähm ja und ich denke weil einfach der pc halt über nacht lief und halt hier dann rum das höre natürlich nicht weil ich rausch und fahrer mit mikro machen und so ähm konnte ich mich wahrscheinlich nicht gut genug konzentrieren um die wld technik anzuwenden sprich ich habe nur ganz kurz so ein bisschen grünes aufblitzen sehen und habe meine eltern ganz leise reden gehört das wird wahrscheinlich deshalb gewesen sein das war wahrscheinlich der traum gewesen dass ich dann geträumt hätte wie ich mit meiner familie im allgäu gewesen wäre weil die waren am wochenende ich sage es einfach nicht welches wochenende weil ich sowieso nicht weiß wann die folge kommt im allgäu und ich konnte halt nicht mit dabei sein weil ich arbeiten war und da von welch dann denke ich geträumt haben jetzt mal so als traum deutung ohne dass ich mich da groß auskenne also die hyphenogenen bilder hatte ich und geräusche habe mich versucht darauf zu konzentrieren hat aber leider nicht gereicht so dann habe ich doch gut da du die nächsten paar tage sowieso noch über nacht hochladen musst bringt gar nichts noch groß weiter zu probieren deshalb habe ich einfach nicht mehr die wld oder wb tb technik gemacht was ich aber an diesem tag gemacht habe also am montag wenn ich beim arbeiten war habe ich den ganzen tag die wehrer text gemacht mit nase zu halten fingerzellen schmerz oder eigentlich soll man sich eher klatschen als zwicken habe ich im video gesehen zufügen oder den uhren check wenn ich wie gesagt wenn irgendwas zu dem thema klar daran wissen wollt was die reality checks sind was es gibt klare träume ist der youtube-kanal und die folge wo ich darüber geredet habe hier heiß gelaber übers klarträumen wenn ihr es nicht versteht was ich meine entweder auf dem youtube-kanal oder auf mein video am besten beides weil dann seid ihr völlig informiert habe ich dann wie gesagt über den tag die rcs gemacht für die dld technik also dass du im traum bemerkst dass du träumst habe ich dann gemacht und ja bin am abend ich habe gedacht ja theoretisch kannst dabei technik auf einmal probieren hast eine höhere chance dass das irgendwann funktioniert bin am abendgasse mal ins bett gegangen ohne wbtb ohne wld einfach ins bett schlafen weil ich so war ich war so fucking müde ich war ich war heute auch den ganzen tag so tot ich wundere mich dass ich jetzt nicht im bett liegt sondern eine folge aufnehmen kann aus dem grund weil ich ja gerade die woche ferienarbeit habe und abends noch beim rewe arbeiten muss sprich ich war von 7 bis 16 uhr bei der ferienarbeit und dann von 7 uhr abends bis 10 uhr noch beim rewe und am nächsten tag muss ich um sechs wieder aufstehen ich war den ganzen tag so müde ich bin echt fast ein paar mal weggepennt ich hatte sogar ein paar mal ich war wirklich sogar ein paar mal schon so halb weggepennt dass ich schon hier hypnogene bilder und töne gehört habe also es ist schon ein traum in meinem unterbewusstsein gebildet hat ja so müde war ich sehr müde und ja auf jeden fall in der nacht also montag also dass ich so müde war weil es heute am dienstag in der nacht am montag habe ich tatsächlich geträumt bewusster geträumt als sonst nicht so bewusst dass ich jetzt perfekt sagen kann so hat sich angefühlt so war es aber ich habe es im kopf der traum war dann so ich bin halt ganz normal aufgeworfen wie war am samstag oder sonntag war es war auf jeden fall wochenende und meine eltern haben mich geweckt weil wir zusammen frühstücken wollten aktuell jetzt jedes mal wenn ich aufmache mache ich direkt in reality check das zu halten und dann versuchen zu atmen im traum geht das halt habe ich mir die nase zugehalten konnte atmen wusste lol ich träume wusste ich dann weil in der realität kann man nicht aber mit der nase zu halten ich habe dann zu meinen eltern gesagt nee ich habe kein bock auf frühstück weil frühstücken kann ich auch im real life das muss ich im traum nicht auch noch machen und ja dann bin ich raus in den garten gegangen habe ein fick auf meine eltern gegeben weil es war ja ein traum die können mir ja nicht viel anhaben außer mich im traum anschreien aber was juckt mich dass ich gehe dann halt einfach das traum ist ein traum ich bestimme was da passiert bin dann raus in den garten gegangen habe versucht zu fliegen hat nicht ganz so gut funktioniert ich bin ein bisschen wirklich groß fliegen ich bin dazu hoch gesprungen wenn dann irgendwie so rum geschwebt habe so ein bisschen gehangelt ich will fliegen und ja hab dann halt keine ahnung waren vielleicht vier fünf sechs meter vom boden jetzt geschätzt habe ich versucht ein bisschen rum zu fliegen das war's mehr erinnerung habe ich nicht das war so das einzige könnten eigentlich die bahnscheine tausend mal ihre fressen hört ihr das das ist sowieso vorbei das ist so das einzige was ich jetzt die noch mal geträumt habe kann ja sein dass das heute am dienstag weil ich wieder den ganzen tag reality checks gemacht habe kritische fragen in meinen umgebungen gestellt habe und so weiter kann ja sein dass es heute abend noch mal passiert und vielleicht spektakulärer wird wenn ihm so wäre würde ich auf jeden fall wieder davon berichten weil super ironischerweise ich habe mir das video wird es für euch zwar schon jahre erzählen aber ich habe mir heute kurz vor der aufnahme noch ein video von dem leben operator von dem lieben mythos of playing mythos of gaming moggily nennt ihn wie ihr wollt angeguckt und da hat er unter anderem auch eine frage gestellt bekommen ob er luzides träumen kennen er so ja er hat auch schon ein zweimal geschafft dass er den traum steuern konnte das war voll cool dachte ich mir wow welche ironie dass ich das gerade selbst angefangen habe zu trainieren hat auch gesagt die meisten leute nehmen sich das voll zu trainieren macht es dann nicht aber ich werde es machen wie gesagt ich werde die wbtb mit der wld technik auch ausprobieren sobald die vorproduktion abgeschlossen ist schon beim pc nicht mehr 24 7 in der woche läuft meine eltern würden mich umbringen wenn sie das wüssten stromrechnung auf du aber das ist eine andere geschichte wir wollten uns ein schönes dinge bauen einen wunder 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 wundervollen tisch tisch nehmen wir alles mit natürlich die säge und ja auch viel mehr gibt es eigentlich zu den sachen mit dem traum gar nicht zu erzählen ich habe soweit eigentlich alles erzählt was ich erzählen wollte wie gesagt die wbtb mit der wld technik schlug schlug fehl weil nicht genug konzentration da weil pc in andernach gerührt hat und dld techniker ganz okay funktioniert nur ich kann das nicht so vom gefühl jetzt berichten wie es sich angefühlt hat da in der luft zu schweben ich habe nur die erinnerung daran dass ich es gemacht habe also die erinnerung dass ich es gesehen und gehört aber mitbekommen habe aber so dass genaue gefühl das kann ich nicht beschreiben sprich es war wahrscheinlich noch kein vollwertiger klar drum was er da auch eigentlich echt wenig war ich meine kurz zu meinen älteren gesagt fick dich also ich habe es nicht wörtlich fick dich gesagt ich habe gesagt ich habe keinen bock zu frühstücken und dann rausgehen und ein bisschen in der luft schweben für fünf meter das war vielleicht summa summarum 30 minuten wo ich jetzt groß von erzahlen kann vielleicht noch mehr passiert woran ich mich jetzt nicht erinnere aber auf jeden fall funktioniert es das kann ich sagen wenn ihr euch es funktioniert es ist real bist du real es geht und das ist fucking awesome ich werde auf jeden fall die verschiedenen techniken weiter probieren und bin mal gespannt was anders so rauskommt was ich euch dann noch so für traumgeschichten ich habe ich habe ich habe so viel geplant ich plane einfach meine träume weil ich so viele ideen habe was ich da mache und alles ist super und es ist echt nicht schwer wie gesagt ich habe einfach einen tag ein bisschen die reality checks gemacht und habe ein bisschen habe ein bisschen hier und da meine umgebung kritisch befragt ob es halt ob halt was gerade passiert logisch sein kann oder aber es eigentlich nicht logisch sein kann und ja das hat dann soweit gereicht für einen einigermaßen annehmbaren klartraum ein tag training ein tag habe ich natürlich auch wieder gemacht war super so genug von der zweiten klartraum story schon mal eine folge fast gefüllt bauen wir hier weiter und zwar haben wir hier so den esstisch mit dem zeug aber irgendwie ist das scheiße weil ich möchte einen größeren esstisch haben und die stühle möchte ich dann auch ich denke das werde ich alles komplett verwerfen schön dass du rumschwebst immer mal gucken ob ich das irgendwie noch anders mache ich werde gern die chains so aktivieren das beste in der chains ist das letzte mal bei 6x dabei in der letzten vor produktion nein ich habe euch ein bisschen allein möchte labern gerade auch weil ich das klartraum dings noch erzählen wollte und da labert er dann meistens rein und deshalb habe ich mir gedacht nope 6x heute nicht wenn du das hier schaffst du bist nicht wütend du blödes stück schade ich hab dich lieb ähm solltest du das eigentlich noch mal eins dünner machen und dann gehen sie noch eins dünner ne ich guck mal er natürlich möchte das bier schneiden genau ich möchte bier schneiden ich denke fast die großen sind ein bisschen besser so oder obwohl das tischfüße sind die schon fast zu fett ne ich möchte auch keinen fetten tisch mein 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 tisch hat kein übergewicht verkehrs ich glaube das ist mir zu groß wie immer das ja doch okay dann ähm bauen wir den richtig krass riesigen tisch hier an das wird einfach wirklich nur essen mit einem riesigen gigantischen monster tisch ja die muss ja auch nicht überall 23 genau also jetzt muss ich jetzt gucken wie viel abstand ich habe okay so gesehen ein abstand also den also genau hier ja man könnte auch abmessen patrick war wenn er idee die funktionieren könnte wenn ein ja steht am anfang vom übernächsten block spricht es ist richtig ja 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 passt